herzlich willkommen bei einer neuen folge er zockt mit divinity haha nein zockt divinity mit süßgat so ist es richtig ja ich habe uns überlegt bevor wir hier mit den geistern sprechen noch einmal kurz zum ende der zeit zu reisen ja auch wenn wir keine lust auf zigzags haben genau aber wir sehen uns dann dort wieder ja und als man ankommt wird man natürlich angequatscht ja also der da passiert ist natürlich was wenn wir einen sternstein aktivieren wir haben jetzt mehrere wir müssten eigentlich nach jedem sternstein wiederkommen und jetzt sind hier die die portale offen muss man da reingehen naja jetzt sind die sind die hier das date macht ihr irgendwelche komischen sachen was macht sie denn da der den scheiß erzählt und sitzt da jetzt rum ach verdammt jetzt quatsch ihr uns an mit wir seien die wächter ja und sie sagte sein schwach geworden ja sehr wehmütig jetzt ja total ja das sind diese tagebücher hier die reise an der general generalin und des generals na genau das sollen ja wir beide seien hier kommen bogenschießen üben und du hast das ja gelesen ich hab das so getan als würde ich jetzt lesen genau jetzt ist die bärdeuter ab jetzt findet man seine comrades alle hier das muss man jedes mal zum ende der zeit reisen der ist ja gar nicht mitgekommen ja weiß nicht mehr wie der heißt der typ der nicht reden kann ja aber jetzt haben wir hier auch den schleifstein am bus ich habe mit der passiert nichts als die gehalte ist weil der bergte ok genau jetzt gehen wir mal zurück haben sie sich doch eigentlich jetzt noch mehr öffnen oder ja in der zeit das nächste genau hier jeden sternstein der zwielichtige er soll ja der versucht uns so ein bisschen einfach aus der verfassung zu bringen er nennt uns niederträchtige wächter also irgendwie finden die uns alle recht erbärmlich ja jetzt aber machen wir diesen stufe 20 welche seite ist meine ja das ist meine seite wolle ich mich mal auf meine ja ich gerne so eine runde pennen ja super so genau hier ist der nächste tagebuch eintrag was sind wir hier in unseren sachen drin nix teller am ende kirche am ende der zeit das kostet alles nix wert uhu ein zwergeneintopf und eine perfekte aussicht ins nix ja sehr verlockend kirche am ende der zeit ordentlich gefeiert hier haben sich dahin setzen und wie sieht deine seite aus genauso wie deine da ist ein spiegel kann man sich aber hier ist kein tagebuch das ist bei dir offensichtlich nur oder ja und nein ich glaube hier unten ist noch ein brief genau und schönes feuer also ich kann mir nicht helfen aber mir gefällt das ende der zeit nicht so wirklich gut ist einfach nur nett zu lesen nicht so wichtig für die story dann ja da ist auch überall sternstaubkraut aha nicht dass wir es schon gebraucht hätten bislang ok und jetzt lang wieder zurück ja müssen wir jetzt erstmal hier gucken wie viele portale noch aktiviert werden du weißt dass ich auch noch einen habe ne ah ok warte mal ich geb dir den mal ne ne behalte immer aber das ist noch ein blutstein dann öffnet sich vielleicht noch was naja da kann man nix verantworten mach mich vor allen dingen wann sich hier einer der räume öffnen lässt elementarräume ich kann uns nix sagen ja warte mal warte mal und dann geh nochmal zu 66 ich weiß nicht ob jetzt noch was passiert ich hab dir den blutstein gegeben ne ne wir müssen den aktivieren ach so also wir haben zwei steine jetzt aktiviert ok gut dann können wir uns zurück zurück teleportieren ok zur kirche und wenn wir dort sind sprechen wir mit den geistern so da sind wir wieder sprechen wir mit den geistern warte mal ich hab das schild und das schwert der malora verbessert mit der bärdotter das kann man dann wenn man schmieden 5 und herstellen 5 hat das hat die bärdotter jetzt so wenn müssen wir hier anquatschen den ebenezer weiß es nicht ja er sagt er muss uns ja nicht erklären wie viel das besser das leben hier ist statt in den hallen von den hallen der seelen ja er hat keine ahnung warum die da rumspringen das sind alles tote von einem schiff warte doch die kriegen wir doch das ist doch egal fragen wir mehr wer ist er sagt er ist eine frohe seele war was er erzählt also die weigern sich hier in die hallen der seelen überzugehen können wir die vom gegenteil überzeugen ja versuchen wir mal er ist auch kein freund er ist auch ja ja äh kennst du eine katze namens oscar das ist sam der unsinkbare sam die sind wohl dann auf dem gleichen ja gut möchtest du kurz mit dem kater nochmal darüber sprechen ja kann ich machen gut dann warte ich hier so lang jo dann erzähl mal ja ich spreche ihn jetzt darauf an dass er früher oscar genannt wurde und er stimmt zu und jetzt bitte ich ihn darum dass er mir etwas über ebenezer erzählt okay er sagt halt es sei ein genuss typ gewesen der hat alles mitgenommen was das leben zu bieten hatte als gäbe es kein morgen ja verrückt ne das ist jetzt hier oben ist der geist so schauen wir mal war das schon alles konnte nix nee warte oh mein gott ebenezer hat menschenfleisch gegessen okay das ist ekelhaft insbesondere mädchen das ist echt ekelhaft ja mädchen junge mädchen und er hat die vorher gefoltert ouch deswegen weigert er sich ja und der sam sagt wenn er ein bisschen kleiner gewesen wäre dann hätte er äh ihn wie einen spatz gefangen und die welt von seinem übel befreit ja komm mal zurück zu dir er ist ja wirklich widerlich das ist böse ja so bringt das jetzt was wenn du nochmal mit ihm redest hmmm ja er sagt dass du natürlich liegen mhm ich glaube dem kein wort er sagt ja das wäre die äh die herrliche freude es war ein vergnügen das zu tun ja deswegen geht er natürlich nicht dahin und er hat alle anderen geister natürlich überzeugt hier zu bleiben das ist die frage ob wir daran was machen können ja ne ne der muss der muss auf jeden fall in die hallen da reden ja jetzt müssen wir kämpfen ja kein problem ebenezer und dann nur 1 2 3 4 ne warte mal ja die sind am besten mit feuer und erde angreifbar ich guck mal nur eben noch die anderen oder mit roher gewalt ja oder so ne das war ein fünfter da steht ja mitten in uns drin oh 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 benisa fast tot schieß ruhig auf den anderen ne luft hat nicht wirklich schaden gemacht sowas war das transgressiv ja ist du bist du denn hin ja komm ich habe gedacht das wäre eine coole idee warum auch immer das jetzt regnen lässt ach deshalb okay ja mutig viel schaden hat motorball gemacht boom sehr gut das war ja einfach ja gut es ist die kirche dran was war denn eigentlich in dieser kiste genau das wollte ich wollte dich noch fragen hast du da haben alle deine charaktere eine ein gürtel ja das klar damit ihr das nichts bringen da war nämlich ein gürtel drin und zwar ist ja kann ich dir sagen da 12 prozent gibt resistenz und 33 lp ist tatsächlich besser als meiner herr okay dann christian bitteschön ich meine da mein alter hat noch ein schloss knacken aber das ist sowas von irrelevant hier gebe ich zurück okay dann gehen wir jetzt in kirche aber heute sind doch nicht haben nicht hier gegeben ab doch ich habe den angezogen okay wir sind jetzt hier kurz vor der kirche jetzt müssen wir da irgendwie rein aber die statuen sprechen uns jetzt an wieso ich kann nicht zuhören äh ja wir hier werden wir nur eingelassen wenn wenn wir zu der göttin troll sind ja sind wir total wer auch immer die göttin ist ich möchte die kirche betreten sage ich jetzt ich möchte die kirche betreten sage ich jetzt ich möchte die kirche betreten sage ich jetzt wir müssen eine folgende wir müssen eine frage beantworten och nö erzähl ich weiß es aber ich kann nichts machen muss argumentieren oder sowas genau ich habe es mir ja schon gedacht fange ich mal mit dem guten alten stein an da verliere ich natürlich jetzt aber stein ja ja das hat auch geklappt na das sieht gut aus einmal muss ich nur gewinnen komm schaffste nein jetzt muss ich jetzt ist 50 50 ich habe verloren das heißt jetzt kommen wir nicht rein wir kämpfen oh ja jetzt kämpfen wir gegen die interessant ach guck mal hinter uns ist auch ja 24 granitwächter wir haben auf feuer 100 prozent und auf erde und auf stich auf wucht haben die minus 50 schießt auf die hinteren nicht hier auf die vorderen hier ja ja oh oh nice das blöde ist ich muss mich jetzt hier erstmal umrüsten jetzt kann ich es ja machen ok ich glaube das hatten wir auch noch nie oder? ich weiß nicht das war ganz gut Zeit für dich zu wenden aaah submit zu meinem chillen Embrace oh nice beide eingefroren so was hast du gesagt die sind empfindlich wucht wucht ja das kann ich einfach draufhauen wucht ist nico Ach, schmeißt du jetzt wieder mit deinem Fuß? Schauen wir mal. Sehr schön. Auf jeden Fall schmeißt er wieder mit seinem Fuß. Haha. Nice. Jetzt hat er den Fuß auf ihn schmeißen. Boah, das hat sich schon 25.000 Schaden gemacht. Ja, der macht ganz schön Schaden gegen die. Oh, das war ein Crit. Sehr schön. Oh, die haben doch viel Leben, aber mehr ist es auch nicht. Der ist nicht mehr eingefroren, ne? Müssen wir es schleunig ändern. Ja, jetzt ist er wieder eingefroren, ja. Na ja, immerhin habe ich eingereizt. Die Mardorail finisht jetzt. Boah. Hab's doch gesagt. 393 gekrittet. Ah, nein, er ist so weit weg. Äh. Egal. Der war... Der tankt, der kommt langsam. Was hat geklappt? Ja. Ah, leider kenne ich ihn jetzt nicht. Ach, ist egal. So. So. So gut wie tot. So gut wie tot. Na, der ist auch tot. Gut, wenn wir die erledigt haben und in der Kirche sind, das dauert jetzt nicht mehr ganz so lange. Oh, da ist aber ganz schön flott gerannt, ey. Der ist aber schnell. Sehen wir uns in der Kirche wieder. Okay, jetzt sind wir in der Kirche und da hinten stehen schon wieder... Da steht schon wieder die Mittleren, die wartet da schon wieder. Und so ein paar Opfer. Auf geht's. Ah, Opfer. Kommst du mit? Na klar. Da ist wieder eigentlich überall, ja, auf der Karte. Sie fragt, ob wir unser Blut spenden müssen. Wir, äh, Steine natürlich. Ja, wir möchten ihr Blut spenden. Ja, jetzt. Sie sagt jetzt, wir können sie nicht aufhalten und dann kann ich so sagen, euch aufhalten. Ich weiß ja nicht einmal so richtig, was ihr eigentlich vorhabt. Unwissenheit pur. Ja, sie sagt, sie macht jetzt, äh, Frieden machen. Den Gezeitenstrom der Leere. Die spricht jetzt über Zig Zags. Sie weiß, dass die Leere kommt. Und... Die Zig Zags wohl auch, äh, für so nervtötend hält wie wir. Bestimmt. Ja, sie sagt, sie hat sich für einen, äh, dunklen Pfad entschieden, aber sie sagt... Sie möchte einfach, so wie ich das jetzt verstanden habe, alles in Ruhe, in Stille wiegen. Was heißt das jetzt, die ganze Welt vernichten oder was? Ja, sowas würde ich jetzt sagen. Sie hält Bracus Rex für einen, äh, makellosen. Hm? Das ist die ultimative Lösung für ihren Plan. So, jetzt sollen wir erfolgen. Um das herauszufinden. Ja, haben wir gesehen. Oh, jetzt müssen wir erstmal hier kämpfen. Sehr gut. 1, 2, 3, 4 sehe ich. Hier nur? Die sind was? Ja, schon alle halb Tode. Sehr, sehr. Okay, dann wird es ein schneller Kampf. Wir sind nämlich schon bei 28 Minuten. Oh, da kommt noch mehr. Uh. Wo kommen die denn her? Die sind da aus dem Loch noch gekrochen. Sehr gut. Da kommt noch mehr. Ja. junger Kultist. Ganz viele junge Kultisten oder renne ich es rein, ey. noch mal richtig. Das, das juckt dich jetzt. In den Pfoten. In den Pfoten, ja. Versuch mal nochmal. Ah, jetzt machen wir gleich. Wobei das ist so weit weg, ne? Ja. Ja. Ja, ja. Es ist leider sehr weit weg alles. Okay. Lass die doch mal rankommen. Ja, dann lassen wir die rankommen. Auch hier laufen. Ja, da kommt noch nicht. Schmeckt noch nicht. Ja, schmeckt noch zu. Mal, unsere Operation. Ja, das war eine kurze Mord zu. Aber, was? Ich würde mich nicht so zu wissen. schon richtig gegner aus der hauptsache der rent auch das einfach gelaufen ist und halb gestorben oder freue ich mich jetzt gleich wenn die gleich darum zum adora singen er dürfte doch verbrennen oder ich denke ja ja als zum adora segnen immer wirst ihr davon abgehalten der match zu machen aber gucken ob das hier was bringt ja doch super oder andere sonne verbrannt ihr kannst du auf den den eingefroren hat schießen es ist wahrscheinlich nicht durch die rauchwolke ich schieße euch aufeinander sind nur noch 45 wird es jetzt andere weiß ich nicht mal gucken die sollten eigentlich alle fliegen machen die wieder nix schade hätte ich es gern gemacht er gereizt jetzt selbst ich mache mir mal prügelzeit schon so viel damage jetzt kommt mador ja wenn wir die angst ja gut jetzt ist feierabend ja ich hätte gern ich hätte gern 40 prozent mehr schaden gemacht eine fresse leider kann jetzt nicht dahin raschen richtig auf den kopf hinter den wolken ja sehr gut jetzt aber auch nicht dran der wird aber auch unsichtbar der ist so gut wie hinüber ja jetzt leider unsichtbar du läufst du da hinten rum im haus des bestatters ach guck mal da hätte man denn da war uns durchgeboxt haben da ist jemand felsbrocken auf den kopf gefallen okay ja damit sind wir durch wir haben den eingang der kirche geklärt 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 und müssen jetzt hier irgendwie runter aber wir haben ja schon ein buch gefunden dass das uns gesagt hat wir müssen hier die bilder zur seite schieben und ja dann werden wir mal gucken was unterhalb der kirche so abgeht ja alles klar macht's gut bis dahin und ciao so